Rodelnkrieger zu mir! Ich meine, wir sind jetzt wieder fast am Anfang. Da sind sie. Töten wir sie. Töten wir sie. Die Linien müssen halten! So, die gingen recht einfach, so muss ich sogar zugeben. Maticor Wildfang, großer Maticora Wildfang. Normaler und niederer, könnte interessant werden. Die sind nur 15 und ich habe Lena mit Eiszorbern. Ja, Tatsache, das ist die Gruppe, die mich in der letzten Aufnahmesession gekillt hat. Rodelnkrieger zu mir! Wir werden angegriffen! Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! Vorsicht, Gegner! Rodelnkrieger zu mir! Äh, ich habe kein Mana mehr, um Lena zu heilen. Doof. Ich habe kein Mana mehr für meine Aura eigentlich, auch doof. Deaktiviere die mal vorübergehend. Da ich hier oben ja nicht wirklich kämpfen möchte. Gott, bin ich froh, dass sie das mit den Blacks, äh, Karte-Visetten gefixt haben. What to go? Okay. Hier sind sehr viele. So, da unten ist das Tal mit den Wölfen. So, wir gehen jetzt wieder rückwärts. Die da, die sollten wir packen. Wobei es sind zwei Sinistrons, hey, das könnte dann spaßig werden. Okay? Okay. Okay. So, was sehen wir hier? Hier sehen wir Drachen. Ich glaube, die haben wir schon von drüben gesehen. Hier irgendwo. Hier sehen wir uns. Also ja, mal gucken, ob das gut geht, was ich hier jetzt tun werde, oder? Ob das Probleme machen wird. Ein paar folgen mir schon mal? Dann halte, Männer! Vorsicht, Gegner! Okay, es ist schon mal so viel, dass ich eingekesselt werden kann. Dann halte, Männer! Vorsicht, Gegner! Tja, ich sollte einfach die Sinistrons sehr schnell ausschalten. Die halten nämlich nicht so viel aus. Stand halten, Männer! So, jetzt bewegen wir uns einfach mal rückwärts. noch nicht hier rüber, weil hier ist das Lager von den Feuerelementaren, also das Zweite. So, wir bewegen uns einmal im Kreis herum bis hierher zurück und töten alle Patrouillen, die uns entgegengerannt kommen. Hey, Lena ist wieder einigermaßen fit. Wir haben nämlich jetzt nicht ganz richtig aufgepasst und mitgezählt, aber es sind... Drei oder vier Patrouillen. Und davon haben wir jetzt zwei schon komplett ausgenommen. Also auseinandergenommen. Also auseinandergenommen. Da sie eigentlich immer im Uhrzeigersinn patrouillieren... Das ist noch eine Frage der Zeit, bis wir auf die nächste stoßen. Also wenn wir jetzt hier oben lang gehen... Hier gehen wir mal wieder in die Vogelperspektive, damit wir sehen, was hinterm Berg ist. Die Chance ist nämlich recht groß, dass wir gleich in die nächste Patrouille reinrennen. Das habe ich gesagt. Oh, das ist dann da bei unserer kleinen Gruppe. Das ist ein Hinterhalt! Wir werden angegriffen! Die muss ich zum Glück nicht ernst nehmen. Stand halten, Männer! So, weder ein Tropf weniger. Speichern wir noch mal. Hier sind Drachen, da sind Lava-Golems. Feuerstein-Gur... Hier ist das... Feuerstein-Gur... Eifried. Oh, Feuerschild. Oh, Feuerschild. Oh, Feuerschild. Dann teil den Männer. Dann teil den Männer. So. Von hier aus haben wir sicherlich einen guten Blick nach unten zu den, äh, Feuertoren. Oh, das gibt hier tatsächlich noch eins. Oh, das Feuertor ist schon aus. Zwischen den beiden Feuertoren stehen keine Truppen. Hm. Wie gut seid ihr? Mal Bandkämpfer ein paar. Meister-Assassinen. Wir wissen halt nicht, wo die nächste Patrouille ist. Weil das sind nur zwei Meister-Assassinen und ein Sinistron. Also nichts Gefährliches eigentlich. Rohnenträger zu mir! Vorsicht, Gegner! Vorsicht, Gegner! Dann teil den Männer! Vorsicht, Gegner! Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen! So. So. Machen wir doch schnell das Lager hier platt. Machen wir doch schnell das Lager hier platt. Das geht ja jetzt relativ schnell. Dann, wie gesagt, noch einmal hier rumlaufen bis zu dem, ähm, Seenstein. Da können wir uns sicher sein, dass keine Patrouille mehr unterwegs ist. Und dann können wir mit dem Aufbau beginnen. Wie gesagt, erst mal gucken, dass ich ein paar Bogenschützen ausbilde, damit wir Verteidigung haben. Und dann sehen wir weiter. Gut. Aber jetzt werde ich erst mal speichern. Und dann gibt es einen kleinen Cut. Also, bis gleich!